Eine Prüfung im Fach Elektrotechnik an der Hochschule. Für einen Normalsehenden ist diese Situation kein Problem. Er sieht sich die Grafik der Klausur kurz an und bearbeitet die Aufgabe. Bei der Bearbeitung ist er flexibel. Hat er einen Detail vergessen, kann er immer wieder auf die Grafik zurückblicken. Und was ist mit ihm? Der Normalfall sieht so aus. R1 ist 200 Ohm, R2 wird gesucht. I2 wird gesucht und U wird gesucht. Alles verstanden? Nein? Wäre es nicht einfacher, wenn man die Grafik ertasten könnte? Mit dem Programm Punktbilder ist das jetzt möglich. Damit kann jede beliebige Grafik importiert und in Punktschrift umgesetzt werden. Kontrastanpassungen können Sie ganz einfach im Programm selbst durchführen. Sie brauchen dazu kein spezielles Bildbearbeitungsprogramm. Auch Beschriftungen können Sie mit wenigen Klicks hinzufügen. Punktbilder übersetzt den Text in Standardbrei oder Schwarzschrift. Punktbilder ist so aufgebaut, dass blinde, sehbehinderte oder sehende Personen gleichermaßen leicht damit arbeiten können. Blinde und sehbehinderte Personen können das Bild bereits während der Bearbeitung erfüllen. Das ist dank der Ausgabeoption auf jeder herkömmlichen Breitzeile möglich. Die Grafik kann so Zeile für Zeile ertastet werden. Sobald Sie mit dem umgesetzten Bild zufrieden sind, exportieren Sie es einfach für die Breitzeile oder drucken es auf einem gewöhnlichen Breitdrucker aus. Sie müssen keinen teuren 3D-Drucker kaufen. Jetzt kann auch eine blinde oder sehbehinderte Person flexibel mit der Grafik arbeiten und ist nicht mehr auf andere angewiesen. Punktbilder können Sie in ganz unterschiedlichen Bereichen nutzen. Ob Sie einen Übersichtsplan, ein Foto oder Spiele erstellen. Sie haben mit Punktbildern ganz neue Möglichkeiten. Sie machen Bilder für blinde und sehbehinderte Menschen fühlbar. Punktbilder können Sie in ganz unterschiedlichen Bereichen nutzen.